Das Revolutionslied Vom revolutionären Dichter Kim Hyuk wurde in der Zeit des anti-japanischen revolutionären Kampfes das Revolutionslied geschaffen. Besungen werden der revolutionäre Geist und Stolz und der unburgsame Wille der anti-japanischen revolutionären Kämpfer, die unter der roten Pfanne darum dingen, die Unterdrückung durch das Kapital zu beseitigen und eine neue Gesellschaft der Proletarier zu bauen. Dargestellt wird auch die feste Überzeugung der Kämpfer davon, dass die Revolution unbedingt siegt, wenn alle Proletarier mit Hass gegen die Ausbeute und mit Waffen in der Hand Entscheidungskampf gegen die Feinde führen. Die Melodie ertönt auf der Basis des kräftigen Rhythmus. Dank der hohen Aussagekraft, des kämpferischen Erlerns und der allgemeinen Verstandlichkeit wird das Lied auch heute vom koreanischen Volk breit und gern gesungen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020